Er braucht seine Tabletten, sonst fährt er ins Koma. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie nach. Sarko, rechte Innen-Toschen. Ich habe eure Scheiß-Kieberer draußen gesehen. Wenn die irgendwas machen, seid Sie ja hin. Schauen Sie, ich kann mit den Kollegen Kontakt aufnehmen. Das ist in Wirklichkeit Ihre Chance. Jetzt geben Sie mal den Verwundeten frei. Ohne uns zwei kommt da keiner lebend raus. Schauen Sie, überlegen Sie genau, was Sie wollen und stellen Sie Ihre Forderungen. Es wird Ihnen alles gewährt. Dafür garantiere ich. Er rührt sich da nicht weg. Schauen Sie, überlegen Sie, überlegen Sie, überlegen Sie, überlegen Sie. Hören Sie an, bitte. Sie müssen was tun. Junge Mann, ich habe das Gefühl, Ihre Schwester braucht Sie. Ich will so einen Scheiß eh nicht machen. Der Leif hat schon gesagt, ich muss. Ich kann es einfach.